Es ist leider dunkel, aber man sieht euch trotzdem ganz gut, ne? Eige, kleine Kerlchen, geboren am 26. Mai, und jetzt haben wir den 20. Juni. Zeit vergeht, ihr seid immer noch drin und bewegt euch noch nicht so viel aus, ne? Ja, fein. Ist so dunkel, aber es geht schon. Schatz, wo gehst denn hin? Zeig mir dein Köpfchen. Zeig mir euer Gesichterlein. Schau, 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 schau. Ja, fein. Die Mama hat ein schönes Versteck da für euch. Mama ist klug. Mama ist klug, ja, fein. Da, mein kleinen Mutten. Die schwarzen. Ja, und die zeige im Moment noch. Hinterkopf. Okay. Schlafen wir weiter. Ich probiere es nachher nochmal. Nicht fauchen. Nicht fauchen, kleines. Hm? Nicht fauchen. Du brauchst nicht fauchen. Jetzt kommt die Mama. So, jetzt kommt die Mami. Hm? Ja, Mami, du ist fein. Mhm. Ja, so ist fein. Du ist fein. Fein, 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 fein. Fein, fein. Fein, fein. Ja, Mami. Ja, fein. Ja, fein. Tut fein weiterschlafen. Ja? Fein weiterschlafen, Schatzesier. Mhm. Mhm. Ja, fein. Ja, es ist sohnzielle. Fein, fein. Ja. Oh.